Expedia-Mitgliederpreise Und sehen Sie mehr von 20% in der Welt Oh Junge Oh Junge Büro, Alter Das ist das Beste, was man machen kann StumbleGuys ist das Beste, was es gibt True Die Musik ist so geil Kommst du, wir warten auf dich Wir warten noch, dass Linus noch mal auf eine Position geht Mit Stürmerjumbo auf der 6 Let's go Achso, ja, dann wäre ich auch in den Sturm gegangen Ich habe ja den großen Monog gemacht Nein, weil Max ein Pro im Sturm ist Max ein Pro ist im Sturm Du, 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 du Das kannst du knicken Mit seinem Gewicht Und wenn ich da noch Zettel im Pakke Gehen seine ganzen Dingel, die eh schon schlecht sind Ich werde dann noch nicht los Jungs, ich werde dann wahrscheinlich in diesem Game Eventuell mal mittendrin halt kurz weg sein Weil Torben dann vor der Tür steht Und ich den halt aufmachen muss Mussten, müssen, müssen Ich dachte, der hat einen Schlüssel so gut wie über Freunde treten Wahrscheinlich hat der einen Schlüssel, oder? Ich gehe ja vor, dass ich einen Schlüssel habe. Hä? Du wohnst da. Oh mein Gott, was eine Funte! Heilegescheiße! Oh, einen schönen Finesse-Schuss gemacht. Junge, mein Außenriss-Schuss! In den Winkel! Boah, habt ihr das Freistoß-Tor von Marco Reus gesehen, Digga? Ja, natürlich, Alter. Geh nach vorne! Elf wieder nach hinten! Ja, ich bin Sechser. Na, nach vorne, Echse! In die Mitte! Jumbo ist dabei! Das Punt! Oh! Ich werde so rumschreien. Ich habe richtig Bock. Verpiss nicht, Echse, der erste Pfosten gehört mir. Oh! Ich habe eigentlich einen Fall-Oxier gemacht, aber den macht er irgendwie nicht. Krieg ich! Oh, ich habe ihn umgeworfen. Ich habe ihn umgegelt. Das schmeck ich auch. Warum? Zweimal! Ja, wenn dann richtig! Ich finde, du hättest verdient, dass du jetzt einfach zweimal game gibst. Fünfte Spielminute, gleich mal gelb. Der Gegner hat mal gezeigt, die... AHHHHH! Was? Warum steht da keiner in der Mitte? Du bist sexy Harry! Wo stehst du? Jumbo, das ist dein Mann. Harry ist sexy, er steht vorne! Harry, wo läufst du hin? Du kommst schon völlig zurück! Ich brauche einen Schluck Wasser. Ja, wer wegläuft. Wo ist Frank? Der ist neu. Fragrance gibt es gar nicht. Fragrance ist auf der Bank. Was ist denn das für ein Pass? Kein guter Start, Jungs, aber da kommen wir wieder zurück. Jawoll. Schönes Dreieckspiel. Kombinationsfußball! Ja. Und jetzt in die Mitte! Ich bin dabei. AHHHHH! Boah, da wird gestreckt. Der Exilf fliegt doch hin! Den Sprunginator hätte es doch aktivieren müssen. AHHHHH! Oh Gott! Ich mach die Mitte zu! Nein, nein, Mitte, den Blauen! Ja! Boah, alter Schwede! War kein Elfer! Nur Geld! War kein Elfer! War kein Elfer! Alles gut! Und guck jetzt werden sie übermütig, wollen Freistoß-Turm machen und ich halte den. Übermütig? Übermütig! Einer in die Pfosten! 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 Danke schon! AHHHHH! 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 Ist das eigentlich gleich in Ordnung? Wenn Torben da ist, dass ich das jetzt dann ausmachen weil es jetzt hört der Torben nix. Mach halt mal dein Headset lauter! Ja, wahrscheinlich hört er das. Ja, vielleicht. Hey, kannst du nicht? Du kannst auch den Sound machen. Ah ne, du kannst den Fernseh-Sound so umstellen. Wie willst du auch mit uns reden? Per WhatsApp-Anruf! Geh einfach über Handy in die Party! Jawoll, das ist schön gemacht! Linus! War es ein Ball? Vielleicht! Aber es war eine schöne Idee! Linus! Wieder haben wir noch hinarbeiten! Über Playstation-App per Handy! Und wen hast du da schon wieder umgegrätscht? Das geht vernünftig? Jaja! Tschüss! Wie seid ihr gesprungen? Und Linus! Blumenvase, das sind die schwarzen Gene! Er springt einfach wie Michael Jordan! Ja! Und um läuft weiter! Um läuft weiter! Super Ball! Was ist das? Oh, der Ball war voll gut eigentlich! Der war nicht gut! Ja! Ja! BAM! Fair! Ja! Wie lange willst du Vorteil geben, Ralph? Der war schon längst tot! Ja! 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 Jawoll! Ja! Oh! 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 Immer schön klären! Ja! Oh! Ja! Leck mich am Arsch! In Sekunde 1 sind wir direkt voll dabei! Ja! Fünfte Minute, gell! Da bin ich! Ich hab einfach gehört, wie du dich jetzt in die Spitzerposition gebracht hast! Ich lauf durch! War der los! Boom! Oh mein Gott! Nein! Jumbo ist so breit, Digga! Ich weiß gar nicht, was von ihm ist! Hahahaha! 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 Keiner drückt was, Alter! Hahahaha! Hahahaha! Nur weil er schwarz ist! Hahahaha! Hahahaha! Junge! Hahahaha! Warte! Hahahaha! Welcher Hund ist so gedrückt? Hahahaha! 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 Also das nennen wir mal ein Foul! Hahahaha! Ich und Nick, ah! Ich weiß nicht! Für die Clips! Ich vertraue mir! Oh Gott! Hahahaha! 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 Arbeitet! Jungen! Hahahaha! Hahahaha! wass? Gi desen! Ja, 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 ja! Jutsad was ist das denn?! Ja!!!!!! Oh mein Münchenkeil! sober berge Deine hat einfach kommt bei minus 3! Boah, Deine hat einfach minus 3 Kopfball! angst du dich dir? leader- Food! ist man mann ich spreche ich spreche ich mich ins tor Boah, der ist ja schlecht. Ich kann den den denn so verschießen? Wow, Tych. Was ist das denn für ein Kackball? Ich bin voll gut im Aufballspiel. Ich bin voll gut im Aufballspiel. Ich bin doch nicht richtig drin, Männers. Boah, Alter! Nicht noch rein. Oh, Mann! Es gibt schon wieder Elbmeter. Was ist das denn? Digga Das aggressivste Spiel ist jetzt noch vorbei Links! Ja! Was ist das? Ja und ein Wurf Linja Zweiter Posten Ich mach den Flanken auf Ja Pfff Mann Das war der schwache Fuß Du darfst doch fünf ständig um die Fuß Aber egal Das war der schwache Fuß Den hab ich Boah, schau mal, wie wend ich nicht bin Boah, du Sohn Man treibt nicht in deiner eigenen Hälfte Der ganze wird nicht einen Ball gewinnen Schöner Auswahl Schöner Auswahl Wie stehst du nur 1 zu 0 Minus Ich bin hingegangen Er wollte nicht Boah Ich hab x gedrückt Er hat einfach den Pass angefordert Ich krieg ich noch Ich krieg ich Ich zocke mach mal auf Boah Oh nein Ich Der totale Krieg Adolf Gemmels hat grad grad tot Ja Du Ha 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 Paul Ha 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 Das war grad nix Achtung vor uns Unser Tod hat g... Warte, 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 warte Warte, langer Ball Jetzt Ich weiß Boah, stark Was ist das denn? Den hab ich Den hab ich Den hab ich Ja Zum Fehler gezwungen Langer Einwurf Tom, du wirst jetzt Teil Du wirst jetzt Teil unserer legendären Seinen legendären Pro Club Sessions Ha 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 Fick ihn Oh man, was ist das denn? Wenn, dann richtig Wolltest du schon wieder grätsch? Ich seh's doch Ich hab ja schon nur noch Hälfte Ausdau Was ist das denn? Mach Huren Mach Huren Oh, dicker Du Hurensohn Das wird dir eh zum Scheiter verurteilt Orlando Health haben die als Sponsor Was soll denn der Scheiß? Alles Ralle schuld Echt so Eigentlich müsste er 5 Stelle Boah, alter Boah, geht der durch Rückraum Was machst du denn du? Oh, ganz knapp Da bist du aber wieder an der Roten vorbeigerutscht Dumme Hure Sag mal Das will ich hier aber nicht noch mal hören Neun Schüsse Dumme Hure Dicker, fast jeder hat Gelb gesehen, Alter Gleich klatscht es aber kein Beifall Sechs Gelbe Eine Rote Und der Torwart hat eine gelbe Karte Ich muss kurz Positionsänderungen machen Also, Linus Sturm Ja Zwölfte SS geht ins ZDM Jumbo Ist jetzt Rechtes ZDM Jawoll Im Tor Wird mit Easy Aber Scheiße Schade Warte was Ich hab was Ich hab was Ich hab Ralle Fährmann In die Infantilien bestellt, das geht aber nicht Du Hurensohn Auf geht's Joks, kämpfe und siegen Ich hab Motivation Und Linus überhaupt dein Mikro angemacht oder was Keine Ahnung Ich weiß Jawoll Einsatz Kämpfen und siegen Oh oh Meine Eier sich verbiegen Oh oh Ey Ey Die faulen nur rum Also wir versuchen ein faires Spiel aufzubauen Lange Flunte Lange Flunte Was ist das denn? Warum bin ich rechts? Weil ich sie aus rechten ZDM gestellt habe Aber wieso? Damit wir überhaupt ein bisschen ZDM Power haben Könnt sich auch in die Mitte schlägt Oh oh Ja können wir Aber nur leise Langer Ball Lange Flunte Jetzt Ja Angenommen den Ball Check mich Boah Boah Schau Jumbo Heuler Untrennbar Ach du Hurensohn Ja Ja Boah Alles gut Warte noch Warte noch Ja Guter Fußball Da bin ich doch Mal du Fonsensohn Digger wie schlecht Digger wie schlecht bist denn du 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 Null Rote Karte Boah Das ist es Bitte Ja Ja Da Oh mein Gott Alter Was zum Teufel Was zum Teufel Was zum Teufel Blumen war es Super zusammengespielt Jumbo behauptet den Ball Leitet ihn weiter Und dann eine Gottes Flanke Und weiter Jungs Weiter Jungs Jetzt kommt das Wunder des TSV Was ist denn hier los Ich kann nicht mehr Er Er Da sind wir Da sind wir Boah Oh nein Fotzen 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 Weiter gehen Wie hat Röhl noch keine gelbe Karte Bisschen zu spät Bisschen zu spät Oh Wir nehmen das Unentschieden mit Harry Ja ja In Verteidigung Boah Überlaufen Schau mal unser Zusammenspiel Oh mein Gott Oh mein Gott Da bin ich Ich bin da Den machst du noch Ja klar Noch einmal Boah Oh Gott Die Eiern Seit gerade eben Easy ist vom Platz geflogen Boah boah Die krätschen sich selbst Boah Langer Ball Oh oh Fick ihn Ja Fährmann Boah Alter Der Kabin Der weggeflogen ist Ich geh hin Ich geh hin Hol ihn Ja Wir gewinnen das noch Jungs Wir gewinnen das noch Ich war so bereit vom Platz zu fliegen Wir gewinnen das noch Ja Safe Oh Ja Ja Wir gewinnen das noch nicht Jungs Wir gewinnen das doch Lauf Shake Ja Oh mein Gott Geh weg Geh weg Geh doch weg Boah bist du scheiße Boah Faire Säckling Ja Jetzt mach los Leit ihn weiter Warum Warum Leit ihn noch einfach weiter Oh Posten Boah Dicke 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 Wir haben keine Mauer mehr Wo ist die Mauer Warte Warte Und schicken Wohin 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 Uns fehlen die Spieler Ja 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 Rannelfairmann Langer Ball MAUERN! Du, wir müssen MAUERN! Nur keine weitere Rote! Nein! Nein! Jungs, regenerieren, wir machen das noch, wir machen das noch! Spiel doch! Boah! Alles nach vorne werfen jetzt! Mach die Slides an! Ja, oder flieg mit drei Roten! Und wenn wir durch Gelb-Rot desqualifiziert werden? Ist mir egal! Ist mir egal! Komm, 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 da geht noch was! Schick ihn! Schick ihn! Oh Mann! Wir werden nur durch Gelb-Rot desqualifiziert! Wir verlieren das Spiel nicht! BAM! tho hak! JAAAM! Die fünfte Rote! JAWOL! T Tough!